hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück bei der pfft mit mir dabei ist was der pfft bei daylight na klar also bei mir ist hellfire koto namo namo und mr nemesis genau auch ich bin da hallo verdammt ich hab verdammt du bist gefressen das sind ja tatsächlich süßigkeiten genau okay bis jetzt war es eigentlich hallo Nebi, hallo! Ich hab nen Ammerklaut. Ähm, ähm, ähm. Hier. Ich bin in der Höhle gefangen. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Mhm. Zeno! Ja. Hallo! Nein! Ich hab geschossen, aber ist nichts passiert. So, erstmal ein paar Süßigkeiten einsammeln. Hoffen, dass ich dann ne bessere Waffe krieg. Ja. 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 Hallo! Verdammt, jetzt hat er schon wieder so viel Leben. Tut was Leute, tut was! Es tut was, ja. Ja! Ah, da ist er! Wo ist er? Nein, wo ist er? Ich muss erstmal ne richtig gute Waffe haben, vorher wird das nix. Was? Es tut ne gute Waffe aus, bin ich schon lange über den Berg. Ich bring dich gleich hinter die nächste Ecke. No more! So, jetzt. Komm her! Einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Dann schwimmen! Ja, schwimmen! Ja, das ist ne langweilige Runde für mich, hier. Wieso? Seht nur so aus. Aber du wirst bald dein blaues Wunder erleben. Ja, meinst du? Ja. Wo ist er hin? Das feige Heigetier. Das feige Heigetier ist feige. Wo ist er? Ich finde keine Geschwister mehr. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, da. Oh, hoppla! Falscher Knopf! Falscher Knopf! So, jetzt. schön und enkel ist der hei der größte und fichteste hei den ihr je gesehen habt da kommt er von hinten das kleine fischstäbchen nicht nur ein bisschen mehr süßigkeiten finden würde ja das gleiche problem habe ich auch da unten hat es ganz viel in der höhle ist das die beste war für dich haben kann ich befürchte mal ja das sieht danach aus also wo ist der haifisch den hast du gespürt in den hast du gespürt aber das ist mein tod noch nicht verdammt ich häng hier ja Wo bist du hin? Himmel, Herrgott, nochmal. Na, sag ich auch so. Geschafft, ich bin der Killer des Todes! Ja genau, du bist der Tode, der Killer. Die Verbindung von Mr. Nemesis ist abgebrochen, von Namor abgebrochen. Okay. Steht hier, bei mir. Bei dir auch. Ja klar! Bei dir auch. Ich bin das ultimative Getir! Ich war lange ein Erster. Ja, Nacht gehabt. Versteckspiel, oder was? Was wird das? Ja, ich will dich noch mal wütend machen. Steckspielen werden wir nie wieder machen. Doch, ich will ihn noch mal wütend machen. Ja. Ja, tu mich auch, Mr. Nemesis. Ich will noch mal den Hulkfire sehen. Das wäre noch ein geiler Name, Hulkfire. Also, er wäre soweit. Ich bin auch bereit. Ich bin auch bereit. Ja. Nein, NL, du bist doch nicht bereit. Ja, NL und Spieler stummschalten. Genau, Spieler stummschalten. Alle stummschalten. Ich habe keine Chance. Ich bin den größten König der Welt. Ich bin kein Gott. Ich bin ein Gottkönig. Ja. Ich habe leider einen großen Mann. Ein bisschen, ja. Boah, und wie Hellfire wieder vorprescht. Das ist ja nicht normal. Ja. Ja. Kommt, wo seid ihr? Schon wieder Hellfire, der Penner. Ja. Du bist ein Mega-Doleon. Aber ich kann mich nicht bewegen. Doch jetzt. Jetzt kann ich. Jetzt seid ihr tot. Mr. Nemesis muss als Erster dran. First in, first out. Komm schon. Wo? Nee. Polo, tut mir leid. Ich bin hier. Aber jetzt haben wir was erwischt. So, dieses Mal warte ich nicht so lange mit Schätze suchen. Ja. Gleich anfangen. Genau. Diesmal fange ich direkt an Schätze zu suchen. Ja. Ich finde alles. Nur keine Schätze. Verflucht. Dann dachte ich mir, Hellfire ist hinter mir und will ganz gekonnt zum Fenster raus. Was kein Fenster war, das war ein Heilmaul. Hm. Hm. Wieder lecker. Nein. Wieder saftet hier im Wasser. Ja. Ja. Aber bitte mit Rama. Ja. Mit Rama. Weckt am besten. Aber bitte mit Enel. Ja. Den such ich auch. Hm. Ja. Du suchst mir. Ob du so viel ins Maul kriegen kannst, wie du dir gerne wünschst. Das schaffe ich schon, Enel. Keine Panik. Okay. Ich hab keine Panik, aber vielleicht hast du. Das kann gar nicht sein. Ich bin unter dir weggeschwommen. Nee, bist du nicht. Doch, bin ich. Ich hab dich gesehen, Nemesis. Du hast mich sicher nicht gesehen. Ich hab dich gesehen. Du kannst dann in meiner Aufnahme sehen. Träumt hast du das. Wo seid ihr denn? Versteckt ihr euch? Nein. Nein. Wir noch nicht. Nicht schon wieder. Ja. Einfach durch die Wand durch. Ah. Benel. Ich hab dich. Aha. Mach nur so weiter. Dann bist du tot. Ja. 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 Was schießt ihr denn? Was schießt ihr denn? Ha. Mann. Ä. Ä. Ja. 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 Aber das ist jetzt sicher mein Sieg. Ja. Und ich bin schon wieder auf dem dritten Platz. Ich könnte kotzen. Wenn wir nicht unter Wasser wären. Ja. Nemesis kotze. Ja. Das würde dir jetzt wieder passen. Ja. 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 Das war so klar. Und die Zeit ist auch schon beinahe wieder rum. Ah es ist nicht zum aushalten. Okay, ein bisschen ein kleiner Snacky, Snackboy. Ich habe nichts mit mir. Ich habe nichts mit mir übrig. Ich habe nichts mit mir übrig. Ich mach ihm nicht mal Schaden, Enel hat gehackt. Enel, du kleiner Hacker. Na klar. Unaufhaltsam. Unaufhaltsam, ich geb dir gleich unaufhaltsam. Vierfach Kill. Aber glaub. Ach nee, jetzt bin ich zweiter, nee, komm schon. Verflucht. Der holt sich wieder den Sieg. Natürlich holt er sich wieder den Sieg. Na klar, ich bin der ultimative Killer. Ich bin ein Gottkönig seinesgleichen sucht. Genau, Enel ist der unglaubliche Chinchilla. König, der seinesgleichen sucht. Nix da. Ja, nur für einen kurzen Moment, mein Freund. Für einen kurzen Moment. Besser für einen kurzen Moment als Garni. Ja. Ja. Da war ja dich so schön viele Kills gemacht. Hey, Mrs., machst du mir den Gefallen? Kommst du mal zu mir? Gleich. Puh. Wer ist der Killer, wer ist der größte Killer, der jemals die Siebenweltmeere beherrscht hat? Verschluck dich nicht gleich, Enel, ne? Der Killer des Todes. Und Enel hat gewonnen. Ich glaube, Enel tut das Spiel nicht gut. Ihr seid nur Fischfutter für meine Kleinen. Für deine Kleinen was? Parasitäre lebensfromm. Wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier hin? Also, okay, machen wir weiter. Okay. Klar, machst du die Anmoderation? Äh, muss ich jetzt die ganze Zeit zeigen. Schon wieder Megadolomeo. Ihr wollt unbedingt verlieren. So, jetzt geh ich nicht zum Hai. Jetzt mach ich es so wie Enel. Jetzt mach ich es so wie Enel. Oh, mal. Du meinst, äh, zuerst sammeln? Ja, zuerst sammeln, gute Waffen und auch der Hai. Der Typ, der den Hai spielt, erschießt. So, wer will? Wer geht vor? You! Ich seh schon was. Schön. Und ob das so eine gute Idee war, ich weiß ja nicht. Das war leider. Und ich. Hallo? Was sagtest du gerade? Das kann doch nicht sein. Ich war hinter der Mauer. Ja, und ich kann Mauern einreißen, junger Mann. Nee, diese nicht. Nur die roten. Doch, und die war rot. Nee, die war nicht rot. Du Hacker, du kleiner Wallhacker. Wallhacker? Ja, du. Fressi, fressi. Hapa, hapa. Du kannst einfach so kommen. Was wird mir so eine Ehre sein, dich zu töten? Du Megalodon. Viel Leben hast du ja jetzt nicht mehr. Hast du das schon gesehen? Ja. 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 Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, hast du gesehen? Das passiert, wenn du mich sauer machst. Genau das passiert. Ich hab dich ja gewarnt. Oh. Es ist halt immer nur, was am Ende rauskommt. Ich komm da nicht raus. Deshalb hat so ein Ende rauskommt. Also Light Codo, ne? Wow, passt. Ja, mal Codo. O, egal. Das ist so, wenn jemand muss... Genau, vergesst nicht, meinen Goldfish zu füttern. Nein, du bist es ganz sicher nicht mehr. Hm, glaubst du? Hopp. Hopp. Na ja, Emmel, wo bist du denn? Emmel? Und jemand schießt hier Löcher ins Wasser, ne? Ja, irgendjemand muss ja. Ja, Emmel war's. Hat er geschossen? Doch, doch. Du hast geschossen. Erst nachdem du mich gesehen hast. Ne, ne. Schönen Läden heilen hier. Ja, Emmel, wer hat geschossen? Jetzt weiß ich es. Erster Platz. Ja, ja. Wie ihr seht, liebe Kinder, der Plan geht auf. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Jetzt fällt mir noch die Zigarette. Verdammt. Verdammt. Das hätte funktionieren können. Hätte. Würde. Tut es. Nicht. Nicht. Wer war's? Nemesis. Nemesis war's. Ja, da kann er lachen. Da kann er lachen. Da kann er lachen. Wie geht's dir? Gut, danke. Du musst mal zu einem kleinen Bier vorbei. 0, 0. Passt. Ich nehme ein paar Robben. Na, Glück gehabt. Du hattest Glück. Oh, Namor hat er Schwein. Was denn noch? Namor hat er tierisch Schwein. Ist es Namor? Ja. Oh, okay. Ich war eine Sekunde zu spät dran, sonst hätte ich ihn gekriegt. Die Zeit ist aber auch viel zu kurz eingestellt, finde ich. Kann man noch mehr Tür einstellen? Weiß ich nicht, werde ich in der nächsten Runde auf jeden Fall gut achten. Oh, wer ist es jetzt? Enel. Er ist der Fresser! Nein! Der vernertet Samt ihres Leben auf dem Meereskronen! Okay, ich sollte es doch wünschen. Die haben so 25 Minuten. Ja. Wollt ihr nochmal gefressen werden? Ja. Schön, dass es dich freut, Enel. Schön, dass es dich freut. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Vielleicht nur noch die Zigarre. Wurde gefressen. Du. Du mich auch. Du mich auch. Und zwar riesengroß. So. Ne, also es sieht aus, als könnte ich hier wirklich nur die Karten und die Region wählen. Schade. Ich guck mal hier noch schnell. Ja. Spie... Nö. Nö, nö, nö. 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 euch eine angenehme Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Gute Nacht zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.